The Unknown Battlegrounds Ok, deine Begrüßung ist bei mir nicht drauf Statt grad in it und hat dann aber auch angefangen Aber egal, hallo Ja, hallo, an meiner Seite der Gute Brilli und der Mähne und der uns Unbekannte One Force Wir gucken mal Nachdem ich jetzt in zwei Runden zu blöd war Aus dem Rückzell zu springen Und da zu landen, wo ich hin soll Probieren wir das jetzt nochmal Also diesmal fliegen wir quasi genau drüber Ne, jetzt ist es geändert worden Nein, es ist geändert worden Ja, wohin denn nun? Grün, ich bin grün One Force, hören wir nicht drauf Der hat sich zu beugen oder zu frecken Wir springen ab In Drei, zwei, eins Go Das ist da an diesem Steinbruch Rechts an dem Steinbruch Ja Mal gucken wo der Steinbruch ist Ach da, ja Also eigentlich drücke ich nur W die ganze Zeit Und bin mit der Maus zu Gange Ja, so ist es Okay Und bin auf 126 kmh jetzt Ja, 126, 127, irgendwas in dem Bereich Ich verstehe es aber nicht, warum ich immer hinter euch bin Ich bin immer hinter euch Ich bin immer immer hinter euch So, danach looten wir die Häuser, die da auch sind Ein bisschen nördlich Oder nordöstlich Erstmal die paar hier Bist du wenigstens bei uns ein bisschen? Ja, schon Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob andere hier sind, scheiße, aber egal Nee, ich auch nicht Okay Also ich bin jetzt, keine Ahnung, 100, 200 Meter von euch weg Wieso? Ich weiß es nicht Das gibt es doch gar nicht Und du hältst die ganze Zeit W gedrückt? Ja Wie Wilhelm Ja Und ich richte mich mit A und D da aus, wo ich hin muss Ruckel Keine Waffe bis jetzt Außer eine Pistole, die ich aber nicht mehr aufnehme Ja, eine Pistole habe ich auch Ja, ich habe eine Pistole Das OneCourse ist auch bei uns Glücklicherweise Ja, aber lieber eine Pistole als gar keine, deswegen Ja, das stimmt Ich nehme jetzt auch mal eine mit, ausnahmsweise Habe ich noch eine U2 Ah, hier habe ich eine gute Ich habe mal eine SK12 Das ist eine Ähm, ne, die ist nicht gut, aber egal Das ist meine etwas Das ist die krasse Ich habe keinen Platz Ist der richtig gute Scheiß, oder was? Das ist, die SK12 ist eine Schrotflinte, die automatisch ist, glaube ich Mach mal einen Marker, wo wir dann als nächstes hingehen, ja? Ja Wir sind übrigens mitten im Kreis Okay Wisst ihr, wo wir hingehen? Ja, du hast noch einen Marker gesetzt Grüner Marker Ich renne schon mal los Ja, Hauptsache du rennst schon mal los Und tschüss Und tschüss Was hat der denn schon wieder für ein Problem, ey? Jetzt hat er es gemerkt Jetzt hat er es gemerkt Oh, ich hänge am Zaun fest Mähne Vorsicht, Zaun Ja Ich habe auf die Karte geguckt, deswegen Wir wollen ja weg von der Schneise Und das tun wir hier mit so gerade Und da sind einiges an Häusern Der Brilli mit seinem nacken Oberkörper, der zieht auch jede Aufmerksamkeit auf sich Das ist nicht der Brilli, der ist der Zwiebel Das meiner ist der Zwiebel, tatsächlich Genau Obwohl mit meiner, mit meiner gleisenden Haut blende ich jeden Gegner Hm So, ich geh in das Hinter, aber ihr könnt die meinen vorderen nehmen Jupp Mach doch mal die Tür zu, Digga Oh, schön, ich habe eine AK gefunden Ich habe halt immer noch keinen Rucksack, das nervt Ich auch nicht Immerhin ein Hemd Ah, jetzt habe ich einen, okay Der ohne Rucksack ist echt... Ich habe jetzt noch ein Holo-Visier, falls das jemand braucht Taubt das was? Nee, das ist auch scheiße, aber besser als nichts Okay Der Rotpunkt ist vielleicht besser als Volo Hier liegen zwei Westen noch Level 1, falls das jemand braucht Und noch ein Rucksack Ah, ich habe eine AKM, nice Wir liegen drei Westen insgesamt Okay, cool Stufe 1 Westen, oder? Ja, ja, alles Stufe 1 Na, immer noch besser als nichts, würde ich mal sagen Dies ist richtig, ja Ja, dies ist richtig Aber langsam mal eine Hauptwaffe Das wäre nicht schlecht So, tritt ein, bring Geld herein Ähm, Rauchgranate Nehmen wir mit Schallwander empfehlen Nehmen wir mit Jetzt noch ein Wechsel Hat irgendjemand ein Maschinengewehr? Äh, so eine MP? Uzi? Nein, ich habe eine Uzi, ja Dann habe ich gleich ein paar Sachen noch für dich, um die zu verbessern Ah, okay, cool Ah, okay, cool Hm, hm, hm Ist ganz schön lautes Flugzeug, würde ich mal sagen Direkt über uns lang geflogen Ja Alter, ich muss doch mal eine Hauptwaffe finden Ne, das kann nicht wahr sein Ich bin in der Garage neben dir, Brülli Äh Ne, unter dir war ich Geh mal das Uzi-Zeug, ey Stopp! Ja, ne, warte, ich krieg noch gerade Ey, geht's dir nicht noch mehr? Ne, offenbar nicht Hier ist Uzi-Zeug Äh, das hier Das hier Muss halt gucken, was du nimmst Und das Scheiße, ey Ich find keine normale Waffe, ey Ja, gut, ey Ne, der Hand auch passt nicht Ich hab bloß ne Pistole und ne AK Reicht doch Ja, ich hab halt nur ne Schrotstände bis jetzt Hier ist ein Level, äh, Level 2 Rucksack, wenn das noch einer braucht Wo ist denn hier? Warte mal In dem, äh, äh, hinteren Haus Ja, Level 2 kann ich gebrauchen Unten Für was braucht man Gasmasken, außer dass man damit schlechter atmen kann? Weiß ich nicht Und gleich nen Ruf als Fetischeiniger Ich hab nur, ich hab nur Level 1 Rucksack Hat der was gesagt? Doch, da ist ein Level 2 Rucksack Wer hat was gesagt? Der andere Ja Hat keiner von euch noch ne Hauptwaffe gesehen in den Häusern? Nein Die da rumlag, so ne Scheiße Okay, dann, dann gehen wir weiter, wir gehen Hier hin Oh, da ist der Crate Was? Ja Alter, das ist wirklich die Crate Tatsächlich Gilt der Luft für alle oder nur für einen? Gilt der Luft für alle oder nur für einen? Gierig drauf zurennen, ey Da ist auch ein Auto da hinten, das können wir uns direkt nehmen Ich schieß euch allen in den Rücken, echt Geil, ein 8-fach-Zucher, Level 3 Rucksack Und ein Gewehr Und ein M24 Ja, wenn ihr es rausnehmt, dann können wir es nicht mehr rausnehmen Ähm, wer hat denn jetzt den 8-fach-Zucher? Ich habe keine Ahnung Ich auch nicht Hat jemand Warte mal, ich brauche Munition dafür 7,6-2er brauche ich Ja, kann ich dir geben Ne, die ist für die meiner AKM, die brauche ich selber Fuck Ich habe null Schuss mit der Waffe einfach Ja, dann lass ins nächste Dorf gehen Da oben Ja Einer holt das Auto Sieh, wie du holst das Auto? Neben dir Ja, ich wollte eigentlich hier noch kurz in das Haus reingucken Ja, dann hole ich das Auto Okay Haus ist gut, hier die Sitz Ja, die Hütte Geil, wir haben das erste Mal eine Ich habe noch nie so eine Crate geludet, ey Hier ist eine Sichel Sicher ist da eine Sichel Eine Sichel ist eine Sichel Toll, jetzt habe ich hier so ein mega krasses Snipe-Gewehr Ich habe noch nie wirklich gesniped so Aber egal, wird richtig geil Wird richtig gut, wenn du tot bist, hast du? Lootet mich, wenn ich tot bin Nehmt, was ich habe Natürlich Warte, ich sorge dafür, dass wir dich looten können Ich höre was? Ach, das ist dann ihr Das bin ich, das bin ich Pass auf, dass du uns nicht hier überfährst hier Also ich brauche sieben Wenn ihr welche seht, lasst die mir bitte Ich brauche zumindest ein paar Schuss mit dem Ding Mhm Komm jetzt auch rein Komm jetzt auch rein Lasst mich leben Irgendeine Backup-Waffe wäre irgendwie noch ziemlich geil Hier Ne, doch nicht Hier ist noch eine Schrotflinte Flinte Und eine Schutzbrille Geil Haha, wie geil Das sieht ja so gay aus Die Schutzbrille Hier liegt Ähm Noch Verbandszeug Das kann ich nicht gebrauchen Nicht, dass ich ein Problem damit hätte Ich habe sie ja angezogen Und ein Energydrink ist ja auch noch Den ich zu vergeben habe Da kommt schon wieder das Flugzeug Mal gucken, ob es die Crate wieder bei uns abschmeißt Also ich habe immer noch keine Sieben, ne? In dem Haus hier war nichts War hinten was? Ne Nur die Schrotflinte Fuck it, ey Das kann nicht sein Wo ist denn die Schrotflinte, meine? Die war bei dir, ja? In dem Flachbau, wo ich daneben stehe Also ihr seid jetzt alle in demselben Haus, in dem ich nicht war Okay Ja, ich versuche halt Munition noch zu kriegen Boah, der Typ kann auch so gut springen, wie sonst was, ey Da oben war nichts mehr an Sieben, ne? Nein Okay, dann müssen wir noch weiter Jetzt will ich mal eine Schrotflinte holen Warte, warte, warte Würde ich sagen, wir gehen hier in dieses Küsten Ne, wir gehen hier hin Warte, warte, warte Ich will mal eine Schrotflinte haben Kommt ins Auto, Freunde der Sonne Kommt ins Auto Lass mich fahren, bitte Hm Ja, ich kenn mich wie ein bisschen aus hier in der Map Du hast drei Runden gespielt Und? Wo liegen die? Wo liegt die denn? Ach da Ist das wieder so ein Entenkiller? Super, wie du das kannst Erstmal schön in den Hof rein Tatsächlich Warum soll ich denn hier in den Hof rein? Zwiebel? Ja, ich hab grad noch eine Splittergranate gefunden Kommt zu Ja Gut, sauber Schöne Gasmaske auf Hübsch Ja, ne? Hast du meine Brille gesehen? Guck mal meine Brille an Die ist hübsch Will der jetzt einsteigen oder was will der da? Ich hol den jetzt ab Kann man hupen? Weiß ich nicht Fahr einfach rüber Fahr einfach rüber Ey Mach rein jetzt Das war aber jetzt ein knappes Hübsch Alter, der will ihn nicht, ne? Peck Wir fahren mal anders hin Genau Ja, der will aufs Wasser Da ist er in Sicherheit Ist gar nicht zu druck Sicher seid ihr hier in diesem Wagen Du fährst gegen Stein Du darfst du so fährst gegen Stein Ich bin nicht gegen Stein gefahren, Junge Ich bin eine geile Klippe, Junge Ja Du fährst wie ich nie will, ey Mit Strand hab ich so ein paar schlechte Erinnerungen So, da sind die Häuser, die wir lupen wollen Ich hör Schüsse Wo? Direkt vor uns Ja Und du fährst einfach weiter Ja, ich fahr da jetzt drauf Schön Da ist er doch Wo? Genau vor uns Hinter dem Stein Alter Ich wollte grad schießen Zwei Stück Oh, Fug, Alter Der hat mich getötet Ah, Drecksack Ich hab halt nur ne Schrotflinte Ich musste halt näher ran Ich kann nicht von weit irgendwie Ja, ich mach sie fertig Ich schmeiß ne Granate Hab ich nicht Ich glaub ich Hast du grad deine Hand gehabt? Ja, die sind grad schon da rumgegangen Die kommen Da kommt jetzt einer von der anderen Seite Genau Da Da hast du überhaupt geschossen? Ja Hab ich Hab ich tatsächlich Hab ich noch nicht geschossen Ja, das hab ich mich auch grad gefragt Ja, das hab ich mich auch grad gefragt Fuck, ey Siehste, der ist aufs Wasser Der war schlau Ich hab's gesagt Der ist nicht auf dem Wasser Der ist halt einfach am Strand läuft der gerade rum Ja Bringt ihm auch Bringt uns auch nix Wir sind tot Ja Nicht nur betäubt, sondern tot Man muss auch mal drauf Man muss auch mal einfach drauf Die haben sich wahrscheinlich gedacht What the fuck Ich überschwüsste, direkt vor uns Ah, schau mal rein Ach zu Schön blöd, ey Wir müssten wirklich Dasee spielen Liebe Leute Macht es gut Achso, du bist Hat er den? Oh fast Nee, er hat nicht getroffen Machen wir hier Die Absage Der ist nicht gut Der ist nicht gut im Schießen Da ist aber noch einer beim Truck Fall in der Fässer Genau zwischen die Häuser Aber der Sound von dem Sniper-Ding ist echt schon mal nicht schlecht. Der hat halt nicht den 8-fach-Sucher da drauf, wie ich. Was hat der für einen Loot? Guck mal, der hat zwei Sucher. Der hat voll den krassen Loot, den wir nicht gekriegt haben. Naja, was hat es dir genützt? Nix. Ich habe ja auch keinen guten Loot. Guten Loot. Also dann, würde ich mal sagen, schlicht im Schacht oder was. Ja, würde ich auch mal sagen. Ich glaube, hier unser One-Course, der kommt nicht weit. Nee, der macht hier nichts mehr. One-Course, one-Corps. Da, los. Komm, einen killen. Mach mal, zeig mal. Warum schießt der nicht? Keine Ahnung. Er hat nur zwei Schuss mit dieser Waffe noch. Deswegen wahrscheinlich. Er beobachtet. Das könnte dann wirklich sein. Ja, jetzt mach. Alter. Wo schießt der denn hin? Viel zu weit hoch. Nein, wieso denn? Du musst doch den Kugeldrifter und so an den Abfall. Ja. Ja, 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 höher. Er will sich nicht entdecken lassen. Das ist schon schlau. Naja, schon. Damit rechnen die, glaube ich, auch nicht, dass es so weit weg ist. Nee. Okay, warte mal. Er hat noch ein bisschen. Er hat noch ein bisschen. Er hat noch was. Na, Don. War immer eine schöne O-Ringe, Alter. Was? Das ist eine Sie und er hat schöne O-Ringe an. Ich dachte, du guckst ja auf den Hintern. Nee, O-Ringe sind Skates. Vor allem solche, wo du Papageien reinsetzen kannst. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss. Ja, würde ich auch mal sagen. Während Brilli noch den Ausblick genießt. Genau, dann sehen wir uns in der nächsten... Genau, auf die O-Ringe. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.